Es gibt jetzt einen exklusiven Bericht, der nahelegt, dass das Innenministerium und Nancy Faeser höchstpersönlich daran beteiligt gewesen ist, hier elektronische Kommunikationsmittel und somit elektronische Spuren zu beseitigen. Es geht hier auch um E-Mail-Postfächer des ehemaligen Bundesfinanzministers Olaf Scholz. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, mir fällt ja nur Cum-Ex ein, was soll man da so Böses sagen? Wegen einer Anfrage des Bundestagsabgeordneten Thomas Seitz, inzwischen fraktionslos, haben wir hier Einblicke gewonnen, die sogar so relevant sind, dass die Mainstream-Medien darüber berichten. Natürlich ohne Thomas zu zitieren, deshalb, wenn ihr ihn unterstützen wollt, hier ist sein Kanal, ihr könnt ihm ja mal ein Abo schenken oder euch mal eines seiner Videos anschauen. Es geht um ein dubioses Vorgehen, was inzwischen schon etablierte Praxis ist, muss man sagen. Es gab eine Anfrage, beziehungsweise Welt am Sonntag liegen hier Korrespondenzen vor. Es ist wirklich ein spannender Vorgang. Es geht um die systematische Löschung von alten Postfächern bei anderen Ministerien. Und die AfD-Fraktion und auch linke Abgeordnete wollten mit kleinen Anfragen näheres Wissen über diese Datenvernichtungspraktiken. Inzwischen ist es aber auch Thomas Seitz gewesen, der ja mal in der AfD-Fraktion war, der hier nochmal nachgehakt hatte. Das Innenministerium hat nämlich persönliche Mailpostfächer im Ministeramt bereits 30 Tage nach Austritt löschen lassen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also von den ganzen Ministern des Merkel-Kabinettes gab es, wie die alle nicht mehr da waren und quasi die ganzen Ampel-Hampel-Minister, wie man da so schön sagen kann, uns jetzt beglücken, hat man 30 Tage danach die kompletten E-Mail-Postfächer gelöscht. Alles gelöscht, also inklusive Backups, die ganzen Server bereinigt. Es gibt jetzt Ausnahmen von dieser 30-tägigen Löschfrist und zwar im Bildungs-, im Innen- und im Umweltministerium würde es sechs Monate dauern nach Amtsausscheiden, bevor es gelöscht wird. Das Wirtschaftsministerium um Robert Habeck erst 12 bis 24 Monate danach und das Bundesgesundheitsministerium erst vier Jahre danach. Das heißt, erst nächstes Jahr löscht Herr Lauterbach das E-Mail-Postfach von Jens Spahn. Da würde ich doch mal empfehlen, hier eine Beschlagnahmung und Begutachtung durch den Generalbundesanwalt mit dem schönen Namen Jens Rommel durchzuführen, damit er wieder was hat, wo er sich seinen Hintern drauf platz sitzen kann. Ich bin wirklich schockiert. Es wird hier einfach gelöscht. Jetzt gab es hier mal wieder Widersprüche, in die sie sich verstrickt hatten. Das Justiz- und das Landwirtschaftsministerium haben auch bestätigt, dass sie diese alten Postfächer nach einer gewissen Zeit löschen lassen. Das Finanzministerium von Herrn Lindner hat allerdings am 19. Januar 2023 mitteilen lassen, dass seit 2015 von den ehemaligen Ministern Schäuble und Scholz keinerlei Löschungen von Postfächern stattgefunden haben. Kurz darauf haben sie allerdings diese Aussage wieder annulliert und haben sogar den Antwortentwurf auf die kleine Frage, die damals gestellt wurde, im Innenministerium wieder blockiert und der Bundestag hat dann eine andere Antwort bekommen. Selbst das Kanzleramt ist damals eingeschritten. Man sieht, dass dann wer am Ende die Antwort formuliert hatte. Es gab damals die betroffenen Postfächer von Olaf Scholz als Bundesfinanzminister. Es geht hier um die Cum-Ex-Affäre und natürlich diese ganzen E-Mails und Termine. Es soll schon nach Ende der Amtszeit im Oktober 2021, soll die Behörde von sich aus dienstliche Korrespondenzen einfach so gelöscht haben. Das hat man mit der gängigen Regierungspraxis gerechtfertigt, obwohl jeder in diesem Lande sagt, sie löschen einfach ihre Spuren und beseitigen damit Beweismittel. Das Bundesarchivgesetz sieht nämlich eigentlich vor, dass zur Konservierung der Daten hier alles übergeben werden muss. Es dürfen nur Dokumente ohne Informationswert eigenständig gelöscht werden. Man findet jetzt hier die Ausrede, dass jeder Bundesbeamte seine Sachen ja einreicht bei der Archivbehörde, beim Bundesarchiv und damit mit dem Löschen des Postfaches gar kein Informationsverlust stattfindet. Das ist ganz mein Humor. Was ist denn mit den ganzen Sachen, die von extern kommen in dieses Postfach? Also sie argumentieren, wir löschen das Postfach, weil die ganzen internen Dinge wir ja archiviert haben. Ja richtig, aber sie sagen, die Dinge ohne Informationswert dürfen gelöscht werden. Aber wenn jetzt Herr Scholz eine Termineinladung per E-Mail bekommen hat, dann ist die ja von extern gekommen. Gerade das ist ja relevant und das haben sie hier gelöscht. Und ein Schelm, wer hier wieder Böses dabei denkt. Es gibt hier Blockaden von Finanzministerium, vom Kanzleramt. Alle wollen sie quasi nicht darüber sprechen, dass hier einfach E-Mail-Postfächer gelöscht werden und es einfach an einem mangelt. Der Bundestag muss ein Gesetz beschließen, was es ausdrücklich vorsieht, dass diese Postfächer zum Bundesarchiv übertragen werden. Und das kann man sogar machen während der Legislatur. Einfach sechs Monate oder zweimal im Jahr macht man den Datenabgleich und dann wird das immer schön alles gesichert. Es sind elektronische Beweise und man braucht sie vielleicht hinterher. Es kommt hier nicht nur der Eindruck auf, dass sie einfach löschen, sondern sie bestätigen, dass sie einfach löschen. Und sie machen das nach eigenem Ermessen. Sie wissen alle, dass es einfach erstunken und erlogen ist, wenn sie sagen, es gibt in den Postfächer nichts, was nicht relevant wäre, was gelöscht worden würde. Dann sage ich, dann lasst sie doch erst recht stehen. Nein, sie löschen sie, weil natürlich die ganzen Anschreiben von Lobbyverbänden, alles, was von extern kommt, das, was wirklich relevant ist, das wollen sie unter den Teppich kehren. Es stimmt schon, dass am Ende alles, was ein Beamter im Ministerium macht, dann auch dem Bundesarchiv zugeleitet wird. Aber halt, da war doch was. Ja, wir hatten doch schon Whistleblower aus dieser Regierung, dass es inzwischen nicht nur inoffizielle Akten gibt. Also die Vorgänge werden gar nicht mehr richtig archiviert oder beamtenrechtlich erfasst, veraktet, wie man das sagt. Sondern es gibt dann Giftschränke, da stehen inoffizielle Akten drin und wenn das ganze Thema erledigt ist, wirft man diese Akten dann einfach in den Reißwolf. So ungefähr muss das mit dem Tiergartenmörder gelaufen sein. Da gibt es bis heute nichts Offizielles dazu, wer hier wen man angefragt hat und so weiter und so fort. Da wird es auch in Zukunft nichts geben, denn das werden sie mit Sicherheit mit einer inoffiziellen Akte versehen haben. Aber schlimm genug, dass es Whistleblower gibt, die sagen, es gibt inoffizielle Akten im Kanzleramt und da geht es jetzt nicht um irgendwelche Sachen zur Nord Stream Sprengung, sondern schlicht, weil sie so viel zu tun hätten, weil sie so viel Schwachsinn betreiben, kommen sie gar nicht mehr hinterher, alles am Ende zu archivieren und ordentlich abzuheften. Und deswegen führt man hier die inoffiziellen Akten. Ja, und dann glaube ich auch noch an den Weihnachtsmann und an den Osterhasen, muss man dazu sagen. Also inoffizielle Akten mit Sicherheit, aber nicht mit irrelevantem Kram. Also wenn die jetzt eine neue Kaffeetasse bestellen, dann machen die da mit Sicherheit keine inoffizielle Akte aus dieser bestellten Kaffeetasse, nur weil sie so viel zu tun haben. Ja, also das ist wieder an den Haaren herbeigezogen, aber so funktioniert am Ende auch staatlich gelenkte Desinformation. Sie erzählen uns das, was wir hören sollen. Ob das am Ende stimmt, ob das nicht stimmt, spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Sie wollen uns einen Bären aufbinden und das können sie teilweise ziemlich gut. Ich bin gespannt auf die Wahlergebnisse am Ende der Woche. Damit sage ich, abonniere den Kanal, auch meinen Zweitkanal, Auswandern mit Kopf. Für Jung und Alt, für Arm und Reich, für jeden ist was dabei. Ich habe auch X und Telegram, ansonsten sage ich ciao, bis bald.